Unsere Tänzerin, die heute gekommen ist, um einen traditionellen thailändischen Tanz aufzuführen. Ein Applaus für Somai König. Hallo, guten Tag. Ich bin die Somai. Ich komme aus Thailand und lebe jetzt sehr, sehr lange schon in Deutschland. Ich komme aus Frankfurt, Richtung Mainz. Also der Tanz kommt aus Zentrale, Thailand. Das ist richtige, originale, traditionelle thailändische Tanzen. Man tanzt auf einen bestimmten Anlass wie heute. Ein Glückwunsch zum Geburtstag, zum Jubiläum, so in der Richtung. Wunderbar. Also wir freuen uns ganz besonders. Wir haben viele Jahre versucht, auf das Spielefest ein Stück thailändische Kultur zu bringen. Denn sie ist ja auch ganz integraler Bestandteil unseres Alltags. Nur die meisten von uns werden wahrscheinlich Thailand aus touristischen Reisen kennen. Und im Alltag eher so von Massagestudios. Also die Thai-Massage kommt ja sehr gut an. Und insofern wunderbar, dass du da bist. Ein großes Dankeschön auch nochmal an Sumi Kusuma-Rosche, die dich vermittelt hat und die heute auch den thailändischen Essensstand organisiert hat. Wir freuen uns auf deinen Tanz. Vielen Dank und viel Vergnügen. Musik Musik Ong. Apsohn. Apsohn. Mehn. Dehn Sawad. Hinn. Krittah. Pirihan. Mahatschad. Keiratheilat leu-leu-leu-m. Peiruang roachit. Ttang nehm tewn. Chirin chom. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017